So, Servus, wir sind zurück auf der Single Couch 22 im Gelben Volksfest. Neben mir sitzt der junge Bursch und zwar da. Der Maximilian. Maximilian, stell dich doch mal kurz vor. Also, ich bin jetzt ein eingefleuschener Straubinger. Seit 1962 wohne ich da. Und mich interessieren die Mädels. Die interessieren die Mädels? So eine wie du bist. Wie alt bist du Maximilian? Ein paar Jahre 60. Und was hast du für Hobbys? Ich habe, früher war ich Fußballer und jetzt tue ich Turmspringer. Turmspringer tust du? Wo machst du noch das? Bei uns in Breiwad. Ja super, da sieht man die im Bad Turmspringer. Da habe ich schon meine Fans draußen. Und was machst du sonst gerne noch, außer Turmspringer? So muss ich sagen, tue ich viel wandern, skaten, Skifahren ab und zu. Aber eulterstbedingt eher wandern. Und wünschst du dir eine aktive Frau, die das mitmacht? So eine wie du. So eine wie ich? Was würdest du denn sonst gerne noch mit ihr machen? Nein, freizeitmäßig. Konzerte. Was für Konzerte? Ich habe mir letztes Mal das Ding angeschaut in Tüßling. Ah cool, ja. Just done, Ribbon done. Also eher so Konzert, Musikmäßig. Da soll sie dabei sein, oder? Genau. Und Maximilian, wenn es jetzt zum ersten Date kommt, was machst du denn dann mit ihr? Ich schaue in den Daumen, wie ich in den Daumen schaue. Und kochtest du auch für sie, oder? Ich kann ein bisschen früh gehen, wie ein Konditor kleiner. Eine Torte mache ich ja. Da machst du dir einen Kuh und schaust dir in die Augen. Ja, genau. Ich glaube, das gelangt. Ihr Lieben, schreibt doch eine E-Mail für den Maximilian. Für dich, Servus. Für dich.